In dem Universum einfach abgebaut, das muss man sich nochmal Front senden. Das ist doch scheiße, unsere Soldaten, die können's gerne mal keulen jetzt, oder was? Ist doch lame, oder was? Jetzt attack mich nie wieder, du Wichser, hä? Du kommst ja einfach an und meinst, du kannst mich attacken, oder was? Ist doch was allerlastend mit dir, du kleiner Pisser. Wiederwärter dich, du. Attack mich nie wieder von der Zeit, du kleiner Smecher, ich pisse ins Face. Ja, genau, Jola hat recht, wer pinkelt immer gleich schön auf den Schädel? Attack mich nie wieder, okay? Ihr kommt ja an und erzählt mir, was ich machen soll. Mann, 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 ich kann doch nichts dafür, was Winnie macht. Guck dir mal Anakin an, den interessiert das auch nicht mit den Wichskabinen, ne? Der ist noch gar nicht so weit, der kleine Wichser. Darum ist es doch egal, oder? Naja, Anakin hat überhaupt keinen Six-Stand. Ich hab ihn in der Umkleide gesehen. Gott schön abhau dich, dieser kleine Pisser. Mann, hat der nur einen Stick. Gott ehrlich, ich pinkel euch allen gleich mal schön auf den Schädel. Ist der Abba, ihr kleinen Wichser. Ja, das reicht aber, Yoda. Ja, das reicht aber. Ja, das reicht aber. Vielen Dank.